Moin zusammen, grüße euch zu diesem Video. Ihr seht das, wir sind mal wieder auf der Webseite vom bundeswahlleiter.de, denn es tut sich gerade etwas. Es tut sich etwas nach nunmehr acht Monaten oder wann? Im September letzten Jahres war ja die Bundestagswahl. Es sind ja zahlreiche dubiose Vorkommnisse aufgetreten, sodass falsche Wahlzettel ausgegeben wurden in Wahllokalen in Berlin, dass die Wahllokale länger als 18 Uhr geöffnet hatten, um dem Herr zu werden, etc. Also wirklich eine ganz, ganz lange Liste der Vorwürfe, die der Bundeswahlleiter, also derjenige, der verantwortlich ist für die Wahl, das Ganze zu beobachten, zu bewachen, damit es wirklich demokratisch abläuft, moniert. So, und jetzt sind wir nochmal auf der Seite vom Bundeswahlleiter. Man sieht hier keinerlei neuen Informationen darüber. Allerdings im November letzten Jahres, vor einem halben Jahr exakt, hat der Bundeswahlleiter nämlich, legt Einspruch in sechs Berliner Wahlkreisen ein. Und jetzt langsam tut sich etwas, sodass es nämlich hier heute heißt beim Tagesspiegel, Halb-Berlin soll nochmal wählen. Und das kannst du dir nicht ausdenken. Die wichtigste Wahl in Deutschland wird erst über ein halbes Jahr, nachdem sie stattgefunden hat, gegebenenfalls zum Teil wiederholt. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das ein normaler Ablauf dessen ist. Das ist wirklich unfassbar. Zitat heißt es hier weiterhin beim Tagesspiegel, Der Bundeswahlleiter hat eine Wiederholung der Bundestagswahl in sechs Berliner Wahlkreisen beantragt. CDU fordert Neuwahlen auch auf Landesebene. Und die SPD ist allerdings dagegen. Und natürlich ist die eine oder andere Partei dagegen und dafür, weil es natürlich für die eine Partei gut aussieht, für die andere eher schlecht. Und erinnert euch bitte auch zurück, die Partei Die Linke hatte keine 5% geschafft, wäre eigentlich nicht in den Bundestag eingezogen. Ist darüber eingezogen, weil sie drei Direktmandate gewonnen hat. Das war einmal Gregor Gysi im Wahlkreis Berlin Treptow-Köpenick. In der Ecke habe ich gewohnt, Grüße gehen raus, war da der Direktkandidat. Und würde er auch bei einer Neuwahl wiedergewinnen, bin ich sicher. Dann haben wir hier die Gysine Lötsch in Berlin-Lichtenberg direkt gewählt. Und das zählt aber jetzt nicht dazu, weil in Leipzig, da weiß man ja nicht, oder gibt es ja keine Vorkommnisse oder Ähnliches wie jetzt in Berlin, der Sören Pellmann. Das sind die drei Direktmandate. Würden sie nur noch zwei Direktmandate haben, würden die gesamten Abgeordneten rausfliegen, nur noch die beiden Direktkandidaten drin bleiben. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ob das allerdings so stattfinden wird, wage ich zu bezweifeln. Denn das ist keiner, also jetzt hier bei Berlin, Wahlkreis 84. Und das hier war Berlin-Lichtenberg, wenn ich es richtig im Kopf habe, Berliner Wahlkreis 86. Und das ist keiner der beanstandeten Wahlkreise. Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, heißt es nämlich hier bei der Berliner Zeitung.de, Berliner Wahlskandal immer größer. Absichtlich falsche Stimmzettel ausgegeben. Die Linke könnte sogar aus dem Bundestag fliegen. Die Berliner Zeitung liegen neue Belege für Manipulationen vor. Die erste Strafanzeige wurde gestellt. Und dann heißt das, und da könnt ihr vielleicht ein bisschen was mehr zu in den Kommentaren unten schreiben, nämlich bezüglich der Linken hier. In Lichtenberg hatte Gesine Lötzsch von der Linkspartei, sie ist eine von drei Direktkandidaten, hatte ich gerade vorgestellt, einen Vorsprung von 8.773 Stimmen. Wie hoch der Anteil der verlorenen Stimmen hier ist, weiß niemand. Wäre Lötzsch nicht gewählt, dann würde die Linke im Bundestag ihren Fraktionsstatus verlieren. Und nur noch zwei Sitze haben, was ich gerade eben geschildert habe. Also wirklich eine ganz, ganz heftige Nummer, was hier passiert. Und ich glaube, dass man jetzt sich hier auf diese sechs Wahlkreise bezieht, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Leute, da ist bundesweit garantiert noch mehr gelaufen. Und gerade in Berlin ist da ganz, ganz viel nicht in Ordnung. Sodass es mandatsrelevante Wahl, ich will das Wort nicht aussprechen, Diskrepanzen gegeben hat, die definitiv aufgehört gehören. Schreibt mal eure Meinung unten rein. Sch走吧. Vielen Dank.